Bei seinen Geldgeschäften will man sich wortwörtlich nicht über die Schulter schauen lassen. Leider gelingt das nicht immer und man fühlt sich als Kunde gerade bei höheren Ein- und Auszahlungsbeträgen schnell unwohl. Der Servicebereich unserer Geschäftsstellen in Lauterbach und Schlitz bietet hierfür einen neu geschaffenen Diskretionsbereich. Wie das funktioniert, wir zeigen es Ihnen. Hallo, ich bin Max Bachmann, Privatkundenberater in Lauterbach. Bei unserem neuen Automaten handelt es sich um eine Kombination aus Ein- und Auszahlungsgerät. Hierfür benötigen Sie lediglich Ihre Girocard. Damit Sie vor neugierigen Blicken geschützt sind, ziehen Sie einfach die Glastür hinter sich zu. Die Tür verschließt sich nun von selbst, sodass sie von außen nicht geöffnet werden kann. Aber keine Sorge, eine Notfallschaltung sorgt dafür, dass sich die Tür automatisch nach zwei Minuten wieder öffnet. Sollte Ihre Ein- oder Auszahlung mehr Zeit in Anspruch nehmen, können Sie die Verschlusszeit auch selbstständig verlängern. Zum Verlassen des Diskretionsbereichs nutzen Sie einfach den Schalter, um die Tür zu öffnen. Unsere Selbstbedienungsgeräte können aber noch viel mehr. Auszahlung andere Konten Auf dem Display werden alle Konten angezeigt, über die Sie verfügen dürfen. So ist zum Beispiel auch die Abhebung von einem Sparkonto kein Problem. Kartenfunktionen Hier können Sie Ihre eigene Wunschpin anlegen oder die Kontaktlos-Funktion verwalten. Stückelung und Geld wechseln Sie benötigen eine kleinere Stückelung der Scheine? Wählen Sie direkt bei der Eingabe des Auszahlungsbetrages die gewünschte Scheinart. Mobile Auszahlung Keine Karte dabei? Kein Problem! Mit dem VR Mobile Cash heben Sie Bargeld am Automaten ganz einfach und sicher nur mit Ihrem Smartphone ab. Sie benötigen Unterstützung rund um Ihren Zahlungsverkehr, haben Fragen zum Online-Banking oder möchten einen Termin vereinbaren? Unser freundliches Serviceteam erwartet Sie während unserer Öffnungszeiten. Darf es ein bisschen ausführlicher und diskreter sein? Gerne beraten Sie unsere Servicemitarbeiterinnen bei Themen rund um das Konto oder unsere Online-Dienstleistungen im Serviceberatungsraum. Diskrete Beratung hat bei uns viele Gesichter. Sprechen Sie uns an. Wir haben die passenden Lösungen für unsere Kunden. Wir haben die passenden Lösungen für unsere Kunden. Wir haben die passenden Koorth beat using die Konto oder die Kontoe αнибbetrag.